So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. Höln-Bronze? Komm, ich geh mal ein Minimum aus Silber. Jawoll. Very nice. Gold wäre natürlich auch geil. Schon lange nicht mehr gehabt. Aber wird er nicht tun. Nee, aber egal. Mach den Scheiß-Kack-Zähner da schon mal rechts weg. Ich glaub, der ist weg. Oh, zwar nee. Schon mal okay. Kann ja nicht sein. Wird ja schon auf den Arsch gerettet, sagen wir mal so. Also immer plus fünf Vulcano. Man kriegt dann meistens, wenn die dann schlecht laufen, über den Vulcano-Jackpot den... Direkt-Gewinn. Und Spendral. Okay, also schon mal alles gut. Ja. Ja, okay. 2.50. Ja, komm, mach jetzt ein bisschen Bronx an. Schön. Bronx da drin. Gut. Abgefurzt, aber egal. Oben drin. Schauen wir mal, was der Vulcansaft. Äh, ein Fall aus dem Film war ein Schmutzing. Naja. Und wie geht es? Vielen Dank.